NABU Osterode Esskastanienbaumpflanzaktion auf der Kirchbergwiese Am 25. Mai 2012 fand eine Pflanzaktion des NABU Osterode im NABU-Schutzgebiet Kirchberg bei Försterstadt. Unser BFDler beim NABU, Herr Patrick Lehmann, Herr Helicke, der die Bäume dem NABU gespendet hat und ich habe zwei Esskastanien auf dem NABU-Bundstück gepflanzt. Das Wetter war perfekt und es hat einen Riesenspaß gemacht. Für alle Beteiligten ist es eine tolle Sache, die Bäume zu pflegen, wachsen zu sehen und vielleicht eines Tages zu erleben, wie diese Früchte tragen. Also Pflanzung einer Esskastanie, Edelkastanie, wo Maronen raus sind. Wir hoffen, dass diesmal, weil es mit Containerbehälter gepflanzt wurde, was wir vom Schleswig-Holstein uns haben schicken lassen, dass diesmal auch auf unserem Kirchberg anwächst und dass wir hier in zehn Jahren Esskastanien ernten können. Das war es dann. Die erste Pflanzung ist beendet. Wir haben noch eine zweite zu pflanzen. Gut. Auch stellt diese Aktion sicherlich eine schöne Erinnerung für unseren BFDler Patrick Lehmann dar, der nun gewiss ist, es war Nabu Osterode, ein Baum, den er selbst gepflanzt hat, an seine Tätigkeit dort erinnert. Sieht das schon mal ganz gut aus. An dieser Stelle also nochmal ein sehr großes Dankeschön an Herrn Hedeke, welcher diese Bäume gespendet hat. Mission erfolgreich. NABU Osterode e.V. Abgunst 1 37520 Osterode am Harz Sparkasse Osterode Bankleitzahl 263 510 15 Kontonummer 804 99 1000 99 99 75 97 65 68 84